So, Cindy und ich sind hier gerade unten in unserer Quelle. Cindy möchte eigentlich schon wieder nach Hause, aber ich möchte was zeigen, was ich gerade entdeckt habe. Und zwar in dem Becken, was wir hier in unserer Quelle haben. Wenn man genau hinguckt, am Grund ist alles voll mit kleinen Lurchen. Es könnten prinzipiell natürlich Frösche sein und Kaulquappen, aber so wie ich das sehe, haben die schon eine ziemlich dunkle Farbe und ziemlich viel Bein, sodass ich vermute, dass es tatsächlich Lurche sind. Und wie geil ist das? Hier soll es ja Feuer-Salamander geben. Ich weiß halt nicht, wie Feuer-Salamander-Kaulquappen aussehen, aber so ein großer Unterschied zu dem, was man hier unten sieht. Kann das eigentlich nicht sein. Bin gespannt.